Achtung, was ist die Bibliothek? Ja, inzwischen sind wir in der Klinik gebunden. Ich habe ein paar arme Menschen engagiert, auf die die Kinder herabsehen können. Ich dachte, die kann ja hier erzählen, dass man nicht mehr kommen kann. Oh mein Gott, die sind ja bezaubernd. Die sehen wirklich aus mir nicht. Wenn ich die Morgen hübsche, nicht? Also gut, ich bin ein Koko-Bahn-Sing und streiten. Und hinten dran, die Kleider, wie ihr am Sonntag zu beitragen habt, haben sie die weitere Unterricht. Ein Lieferort werden auch heimvoll getragen. Also würde das jetzt ganz anders sein als uns. Welche Faust-Richter-Bee-Tema? Die sind nicht vorbaustreffend. Ganz genau, wir strecken die Holocaust-Gesetzung. Sehr gut, sehr. Diese Eleganz, dieses Dördlöse-Genehme von der Jünger-Geratz. Sie schaffen alles, woran sie meine Kinder hinter dem Markt getragen. Oh, ich würde es so gern wiederholen können. Das ist ja cool, Caroline. Wir touchen unseren Tisch nach vorne. Ich bin jetzt ein, das ist in morgen. Und wir halten immer die Bürger mit Abstand voreinander. Ich hätte mir alles wieder in die Kinderabstand einhalten. Andere Kinder werden die Kinder noch nicht mehr kürzt. Und ich muss ja lernen, die Kinderabstand einhalten. In diesem Fall gilt dieselbe Regel wie sonst auch immer. Ein Gesteckteil, das schon für uns wurde nach dem Tisch nie wieder gerufen. Ich hätte einfach noch mal einen Lieferkopf, immer einen kleinen weißen Tischdruck vor. Diese Tische, die für sie gestalten, das war eine Art und ganz Spião kann mit Bistabshack-Komite. Einde, über diese Klupe zu erstienen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.